Ihr Weg beginnt hier. Ihr Weg zu einer spannenden, erfüllenden Karriere bei einem der innovativsten Unternehmen im Bereich Körperpflege weltweit. Willkommen bei Edgewell. Bei Edgewell Personal Care fordern wir Engagement, ermutigen Neugier und inspirieren zu Innovationen, denn davon profitieren wir alle. Mit über 50 Niederlassungen, Werken und Lagerhäusern auf der ganzen Welt bieten sich ihnen bei Edgewell zahlreiche Gelegenheiten, ob sie innovative Marken mitgestalten oder mit Kollegen unterschiedlicher Ebenen und Funktionsbereiche interagieren. Unser Ziel ist es, die besten Talente der Welt anzuwerben, zu motivieren und zu halten, auch mit Hilfe einer herausragenden Unternehmenskultur. Wir sind eine dynamische Organisation, die auf starken Werten basiert. Wir setzen auf Teamwork und ein Arbeitsumfeld, in dem wir alle uns entfalten können. Wir ermutigen unsere Kolleginnen und Kollegen dazu, sich an neue Projekte, Rollen und Verantwortungsbereiche zu wagen. Bei uns können sie mit ihren Aufgaben wachsen und sich beruflich weiterentwickeln. Wir zeigen unseren Kollegen, wie viel uns ihre Mitarbeit bedeutet, zum Beispiel durch unsere inspirierenden Arbeitsplätze, eine attraktive Vergütung und unser Ziel, allen eine positive Work-Life-Balance zu ermöglichen. Wenn sie nach einer neuen Herausforderung suchen, dann werden sie Teil unseres dynamischen Teams und arbeiten sie an der Entwicklung innovativer Körperpflegeprodukte der nächsten Generation mit. Möchten Sie mehr darüber erfahren, welche Karrieremöglichkeiten bei Edgewell am besten zu Ihnen passen? Sehen Sie sich unsere Karriereseiten an!